Geht's, Alter! Ein Set Mitte, als Dennis, als Basher, ja, als Basher und ein Febu, der Felix ist top mit, äh... So sieht's aus. ...Dug Yasu, Yasu am Start, mit Skin sogar und Alex, der Junk, äh... Irgendwas spielt da irgendwie nebendran. Egal. Alli, klasse, Leo. Naja, kann losgehen, bin bereit. Dauert noch ein bisschen, muss noch loaden. Wie's abgeht halt, muss noch loaden. Wie ihr euch kennt, Leo spielt mal wieder auf seinen Toaster. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Toaster. Reportet erstmal wieder. Naja, hol erst natürlich ein Hashtag rein. Hashtag Zange. Der ist cool, Scheiße. Das ist der beste Skin. Hat der Nottingham, oder was? Er ist der schlechteste. Ist der allerbeste. So, der ist doch cool. Der verkörpert... ...diese besondere Ära... Alex, den den du hast, das ist der schlimmste. Der ist richtig ugly. Du bist ugly. Nottingham S ist einfach richtig epic. Der ist einfach der ist, der das Gold von seinem Team zum Gegner gibt. Das heißt, er feedet. Deswegen finde ich es gut, dass die Skinner sind. Ach, das geht aufwärts. Nun können wir extra dieses Bild reingehauen mit den Flügeln. Es kann nur aufwärts gehen, ja? Kann nur auf... Alter, du bist geboren. Fuck, haben die ein Skinner-Swin-Team, Alter. Oli von der Uni. Naja, die haben Nidale ohne Skin, das heißt, wir gewinnen. Ja, also die Mitte gewinnt einigermaßen. Aber die haben sonst ein Skinner-Swin-Team. Das heißt, deren Team gewinnt. Das heißt, ich bin schlechter als Meiser-Support. Verdammt! Ja. Ja. Ja, die haben nen... Oh Gott, nen Warwick. Gegen Yasu. Das letzte Mal gegen nen Warwick haben wir so fast verloren. Alter, wer spielt schon Warwick mit Smite, Alter? Oh Gott, ist der dumm! Oh! Mann! Oh! Kein Mensch spielt Warwick mit Smite. Er spielt immer mit... Mit Teleport oder sowas. Wer braucht schon Smite mit Warwick, Alter? Alles solche Noobs und Anfänger. Gott! Ah! Naja, wir spielen gegen ein Fünferes Pre-Made-Team. Sind ja alle in den Poro drin bei denen, das heißt, es sind alle Pre-Made. Was mich jetzt ein bisschen ankotzt. Aber naja, passiert in meinem Leben, weil ich hab irgendeine scheiß Anti-Carry. Ein Meiser-Support. Jeder weiß, mit 48% kann man einen Kurs durchstarten. Naja, ich hab ein 20er-Ping, heißt. Heute geht's ab, Alter. Sonst normal war's im 21. Abends auch 19, 19, dann geh ich ab, Alter. Aber jetzt 20. Und deswegen geh ich jetzt richtig ab. Hö! Die sind gar nicht alle Pre-Made. Nidalee ist gar nicht mit den... Ja, das ist schon das Gold. Ist schon das Gold, ne? Ach komm schon. Mit so einem Skin, mit so einem Skin! Boah! Und da muss ich im Meiser-Support dagegen spielen. Nur Pros haben den Skin, was wollt ihr, Alter? Nur die richtig wahren, wahren Pros haben den Skin. Nicht Goldspieler, Goldspieler sind keine Pros. Ja. Die richtig wahren Challenger haben den Skin. Der ist einfach so ein Skin-Klauer. Aber... Kein Mensch hat das Skin mit LoL. Äh, mit Gold. Ey, jei. Ja. Was habt ihr gestern Abend noch so gemacht? Fähig, so gestern Nacht so. Als ich pengen gegangen bin. Ach, wir haben ein bisschen dich mit Essen beschmiert und so Sachen. Haben sie dich? Habt ihr nicht? Nein. Das hätte... Das hätte Leo sofort aufgegessen im Schlaf. Okay. Nee, nee. Wir auf der Lahn bei mir haben den Leo mit Essen beschmiert. Ich und Nils. Mit Salz. Das Video hab ich gesehen. Nein, da hat Nils... Ja, ich wurde das Nils verprügelt. Wie war das? Salzige Stimmung oder so? Ja. Salzige Stimmung. Das ist eine salzige Stimmung. Nee, f-f-f-f-f-fh-fh-f-fh-fh-f-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh-fh. Alex, salzig! Alex, erzähl mal irgendwas Lustiges! Lustiges! Nee, sorry... SALZIG! 시льzik! Salzig! Alter Jinx AFK oder was, hä? Jinx AFK! Eeeeee… Und Busti, warum spieltest du dich mit? Komma raus. Das ist aber echt Busti. Weil der Felix und der Alex sind immer gemeint zu mir, wenn ich nicht tut. Och komm schon Basti Sei nicht so ein Hühnchen Mach mir hier doch nichts Hühnchen Sei nicht so ein Hühnchen Ja der Rumpus ist ein Hühnchen Wie gelernt Der politischen Partizisten Äh ähm Borg Borg Hast du denn auch mit Felix gespielt Basti Oh ich hab mein Wort vergessen Längst unten Wie hieß Indiens erster Primärminister Rechts oben Hazzard Hab schon gedacht du lernst grad irgendwie da so Man Ja wahr Nero Wieder wieviel der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war Gerhard Schröder Der dritte Die zwei gibt's nicht 4 Ab 6 bis 9 6,7,8,9 6 Ich nehm mal 8 Stimmt du hast recht Wir wollen nicht auf dich hören Du musst auf Leo hören Hat immer recht Auch wenn er davor ein paar mal falsch callt Aber eigentlich immer recht Ich kombiniere das Etwas im Busch Äh in welchem Jahr wurde die Brute das erste ausgestrahlt Ich glaub 1960 Danke Felix Direkt Das hab ich gar nicht gewollt Hahahaha Ist das jetzt dein Ernst Ist das jetzt dein Scheißernst Was ist passiert Ich wollt's gar nicht Du bist ein Bluges Sealed Alex ich wollt's gar nicht Ja du wolltest's gar nicht Genau Ich wollt nochmal draufhauen Alex alte 4 Ja Ich wollt's halt ernsthaft nicht Deswegen find ich's so lustig Mhm Genau Weil hätt ich's gewollt Hätt ich so gesagt Ha Oder bist weggegangen Bist nochmal her und hast den Crew draufhauen Ja weil mein Crew wieder ready war Ja Ja Warte Äh Erst gank ich zu wenig Dann zu viel ey Alex bist du zu viel Alter bist du zu viel Was du gankst Äh äh pull Ach was tut da schief Anscheinend gibt's ja gar keinen Pull mehr diese Season Ja gibt's eigentlich auch nicht Du brauchst doch keinen mehr wenn du ein zweit hast Also mit zu meint brauchst du keinen mehr Du bist voll useless Bluebuff mit Yazi zu haben Toll Mit Yazi wäre es useful gewesen Ich weiß nicht Ja warum hast du ihn halt nicht Hätt du ihn doch mal weg zu wissen Ich lasse dich so hart Das glaubst du nicht Ich wollte den gar nicht stehlen Jetzt ohne Scheiß Ich werd jetzt geschlagene 10 Minuten nur jugglen Die ganze Scheißzeit werde ich nicht jugglen Ja und Da geb ich einen F**k drauf Ja aber die anderen vielleicht nicht Boat everything to where we are Boat everything to where we are Dennis Give a fight For the first blood Toll es gibt's Warwick the blue Boat everything to where we are Boat everything to where we are Boat everything to where we are Ja ich hatte grad Q Ich hab grad Q gedrückt Der stirbt Der stirbt alter der stirbt Nicht Schau mal Er war fast geringt an den Greeps Ja fast Ja So ist es mir voll lustig wenn der gestorben wäre Alex Eh nix Hör auf Mit was denn Mach keinen Quatsch jetzt Ich mach nie Quatsch alter Ich mach nie Quatsch alter Mach keinen Grumbach Ne ne ist Ja Wart's im Gesicht Alex warum hab ich noch keinen Gang gehabt Du wirst keinen Gang Erst Erst mein Pull zu schwach Da krieg ich keinen Gang Ich krieg eh keinen Gang Du willst mich gar nicht gangen gehen Du willst mich gar nicht gangen gehen Du lüt 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 Erstmal ne Runde rumpfeifen Die Spinne und der Wurrensohn Die Spinne und der Wurrensohn Das ist ein neues Musical alter Du lüt Du lüt Du lüt Wow Ich will das denn untaste Kein Ding ich pull doch gerne Alex ich pull gerne So hätt's auch beim Bluebuff machen sollen Zwei Ja Du lüt Ich willless Ich will nicht sterben Dishonored Ich hab gegen Turnhirn gewonnen Thanks Spielt ihr nicht grad laut? Ja, ich war aber gerade tot. Achso. Weil ich gerade Dummheit gemacht wurde. Ich habe noch nie eine Dummheit gemacht. Beziehungsweise ich hatte auf einmal keine Energie mehr. Ich hatte aber auch nie Energie mehr. Auf einmal. Das hörst du schon aus gegen den Lieder. Die hat keinen Skin. Dennis, aber sorry, da ist nichts drin. Ja, warum? Ich weiß nicht, ein bisschen. Nee, ich wollte gerade Bot-Gänge haben, weil mir ist auch gefährlich. Ich bin leider der Erste. Ich brauche noch Gold. Auch an der Erste. Nee, ich brauche noch Gold. Jawas. Ich habe Warwick. Guck mal, guck mal, guck mal, was macht der? Der macht das Viech. Oh, Badass. Dennis, fick dich. Dennis, mach mal nicht. Muss nicht zum Jungler sein. Warwick macht gerade die Wölfe. Habt ihr nicht gewinnen? 1-0-1 gegen Warwick? Nein, okay. Nein. Alter. Ist ja der Full-Life, ist der behindert? Ich mach Dragon. Mach nicht Bot-Gang. Erste siebte Minute bitte. Ich gank auch nicht Bot. Wolltest du ansagen? Geg dich mal siebte. Siebte Minute kriege ich meinen Blue. So ist aus. Ich hab gehört, ich geh extra rum in den Jungle. Alex, pullst du mich dann? Ich pull dir mit zweit, wenn du willst. Okay. Aber nur die Kleine, okay? Nur die Kleine. Nee, nee. Was? So was hätte ich nie von dir gedacht. Ich weiß. Was? Verstehst du dich selbst nicht? Oder sagst du was nachdem du es gesagt hast? Exakt nicht. Achso, okay. Sie leckt Weed. Weed. Leck Weed. Leck Weed. Ja, ich komm. Einfach zu krass. Wisst ihr was lustig ist? Witze. Lustig. Verstehst du das extra, Alex, Alter? Lustig. Du hast doch... Alter, was geht mit dir schief, Alter? Hm? Ich hab leider keine Ahnung bekommen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Versteh ich, Alex. Kannst du... Alter, da hast du wohl einen Scheiß-Jungle. Weil jeder weiß. Blue gehört dem Scheiß. Jeder bekommt gerade den Blue. Ich hoffe, ich weine. Kill me. You can try. Ich hab gerade rausgefunden. Ich brauch doch kein Geld mehr, Alex. Felix, mach Pro-Place. Felix, mach Pro-Place. Die stirbt. Was? 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 Also, halt ihn dir fest. Felix ist nächst sich am Anfang des Spiels an Blue und stirbt. Und feedet dann maßlos. Ich hab First Blood gemacht, Victor. Nee, der feedet maßlos. Ja, ja. Nee, Blue hat ja den Morbic überreicht. Ja. Ich wollte den, den so... So wie beim... Endier mit ihm, dass der nicht gedient wird. Beim Staffellauf, weißt du? Blue muss immer weitergegeben werden. Hm? Heck dich, Felix. Alter, tut meine Hand weh. Scheiße, Alter. Man. Alex, warte, ich komm gleich. Scheiße, du hast das schon gemacht. Lolololololololololololo Net, lustig! Da habe ich jetzt richtig nen ProPod gerissen. Meine Freunde. Willste red, Felix? Komm zum Red. Mach keinen Scheiß. Ich will keinen Red Buff, ich will lieber die Wolves haben. Ach, die Wolves willst du haben? Ja. ещiguu bock kell in der auszeigenاث habe zu scheitbe com 2 die ist allerdings wieder ja stimmt das nein mit hague Leo, ich nach Maggi. Ich bin halt einfach ein Troodolo. Oh Gott, Leo, der Doodle, du kannst nichts. Leo, ich komm! Leo, du move! Oh Gott, jeez! Ich werde ständig gankt, ey. Wo ist denn mal unser Jungle? Er wird dich nie ganken, mein Vorhin. Warum nicht? Mein Friendo. Nein, es hat nicht gewordet. Das finde ich aber nicht lustig. Alex, ich hau dich jetzt. Alex wird gehauen, ja, Alex wird gehauen. Alex wird gehauen. Scheiße, Lacken, Alter. Was, du? Der hat zu gehuiltet, ja. Der hat zu gehuiltet. Obwohl er noch nicht, oder? Dings. Na, lieber? Ja, du bett. Na, gut Job, Alex. Gut Job, muss ich mal sagen? Alex ist einfach geboren, um zu leben. Ich bin geboren, um zu leben. Ich bin geboren, um zu leben. Ich bin geboren, um zu leben. Mit Anfang wiederzahlen. Na, du bist ja. Oh, was? Ich bin geboren, um zu leben. Das ist total großartig. Halt die Fresse, du Mistgeburten. Du spielst mal zu. 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 Zwei! Jämmerlich! 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 Ich sag so Jonas, Alter! Jonas sagts auch du hast Krebs! Nein! Dann muss ich jetzt doch sagen, Leo, du hast Krebs! Und bist behindert! Und Aids hast du auch! Ich hab so kein Bock mehr! Was macht der dort? Ich wusste, dass der Leo ne Behinderung hat! Ich auch nicht! Lustig! Loll! Shyvana geht mir aufs Säckchen! Oh! Entschuldigung, ich meine selbstverständlich Markt! Achso, okay! Ah man, ich kann nicht über die Wand! Oh, es wirds Leid! Fast ne Mist geworden! Verreckt, Alter! Scheiß Drache, oh mein Gott! Oh, jetzt werde ich auch noch fast gestorben, ey! Ich kann mich jetzt durch die Wand schmeißen, holy moly! Weißt du, jetzt den krassen Gang! Kannst du haben eigentlich! Ohoho! Pro Place! Okay! Kein Ding! Ich hab gehört, dein erster Gang wird ein Abstaubkill! Exakt! Nice! Achtung! Der Place! Gut gemacht! Und jetzt noch farmst du die! Ja, gut, ich bin nicht da! Einen Schritt vor der Vergangenheit. Ich weiß, wer das Shyvana tot ist. Ich hab Warwick. Das Warwick. Warwick stresst enorm. Biss nicht, weil du dicklid. Was hast du, Warwick? Weiß ja nicht, was der Dennis da macht, aber es sieht wirklich gut aus. Dennis Raskier. Ich muss dir Geschenke überreichen. Stell dich vor mich. Jetzt packt das ein Glied aus. Danke. Kein Ding. Für maximale Sicherheit auf der Lane, damit so Gangs für Warwick nicht mehr vorkommen können. Ja, ja. Recht schöner Cock, ja. Nein, doch nicht. Oh, die fickt mich. Verpiss dich. Schrecks. Markt. Scheiß Warwick. Oh, nicht. Nichts. Könntest du dich bitte vorbereiten, dann töte ich die. Nee, nee, gerade nicht. Krieg ich so Böckchen drauf. Mach schnell Red, Dennis und dann alles save. Damit du auch mal Competition hast, gebe ich dir jetzt ein Kill und dann kardappst du es ab. Ich hab aber schon zwei Kills. Aha. Könntest du dann Competition, hat die ja noch mehr. Dann krieg dir mehr Gold. Ich hab schon genug Competition. Nee, nee, Competition hast du nie genug. Die machen glaube ich Drake, Alter. Das könnte sein. Geh mal hin, dann kann ich mich abseits. Ich warte mal. Was? Gib dir jetzt einen Kill wegen Competition. Nee, doch nicht. So, Alter. Alter Felix. Ich mach's wegen Alex. Er hat gesagt, wir will Competition, dann kriegt der Competition, ja. Das hat nur so, dass Felix angefangen hat, nicht Alex. Ja, echt so. Mit Alex anfangen wir hier kein Problem mit. Der Alex zum Beispiel am Anfang vorerst mal abgegeben. Einfach so random Topland oder so, hätte ich ja verstanden. Aber nein, ich leg hier Pro-Plays hin. Aber Felix macht einfach so Steel-Blue und dann fliegt er doch noch. Ja, was soll ich schalten? Dennis, nein. Achtung, Bot SS. Achtung, Mitte. Es ist nur so, weil Blue-Buff bringt... Ich hab First-Bot gemacht. Äh, Nightmare-Zie. Ja, dann angefangen zu field. Wie sonst was? Wie sonst was? 0-4 halt die Fresse, so vieles jedes Game. Oh nein. Für dich ist das auch normale Stands. Ja, anscheinend der nicht. Komm mir gegen. Du hast 0-2 halt die Fresse. Du hast nicht mal einen Assi als Support. Da ist 0-2 auch nicht. Wollt keine Kill-Spot fallen. Was soll ich da machen? Bist du wohl ein Scheiß-Hub oder wie? Du musst deinen eigentlichen Carry noch. Ich weiß ja nicht, wer 0-4 hat. Ich hab nicht 0-4. Felix versucht sich aus einem 4er-Dev rauszureden. Du kannst mich nicht flamen, wenn du 0-2 hast. Du kannst mich nicht flamen, wenn du 0-2 hast. Felix hast mich auch schon als ich positiv war mit 0-6 geflaggt. Nee, nee. Du hattest 0-6. Ich hatte 0-2. Du hattest 0-6. Nein, es geht um ein anderes Game. Oh nein. Ach Quatsch, jetzt erzähle ich irgendwas. Oh fail. Keine Fakten erfinden, bitte. Das Stonewall aber wieder mal Bullshit erzählt. Was? It's just death. Nothing serious. Felix habe ich dir erlaubt ihn zu machen? Ja. Nein. Die Antwort ist nein. Oh tut mir leid, dann habe ich dich wohl verwechselt. Mit wem? Ich glaube ich sollte mal wieder in den Tower reinlaufen. Dennis hat ult. Was ist dann hier in den Tower reingelaufen? Doch, einmal. Nein. Dennis hat ulti, gankt Mitte. Doch, nur bei 0-2. Ne, bei 1-2. Hast du ulti oder so? Oh fuck. Geht er weg. Nein. Nein. Ich hab's noch. Ich versuch's 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 noch. Och Leo. Good job. The easy part. Manu made. Willkommen Felix. Das dealte sich's ab, alter. Das dealte sich ab. Das dealte sich ab. Jetzt fängt der an. Jetzt fängt der an. Scheiße zu machen, alter. Mit sagenhaften 5 Farms. Felix wäre ein scheiß zu labern, sowas von. Mit sagenhaften 5 Farms am Start. Jetzt fängt der an mich zu flamen. Wenn ich sofort bin. Wenn ich keine Farms habe. Ja, klar, alter. Einfach zu krass, der Flame. Einfach zu krass. Ja, klar, ist gut. Kennst du mich auch, alter. Ich hab's einmal drauf im Flame. Also ich bin 2-0. Ich hab gehört, der Leo snackt sich die Kills als Support. Hat nur so. Zwischen snacken und machen ist so ein gewisser Unterschied. Du bist so Katzen. Aber ich bin da. Ich stecken, heißt dich nehmen. Du hast es dir getroffen. Oh Gott, oh Gott. Fick ich nicht. Ich hab mal wieder bock zu sterben. Was f***? Jetzt rennt man drinnen, der Def. Warum, Leo? Ich hab jetzt langsam den Blue vom Anfang ausgeglichen und kann ganken. Ich kann mal was Schuhe holen als Support. Soll ich Tanky-Meister spiel'n AP-Carry-Meister? Du sollst die Fresse halten. Ich weiß nicht, ich hab'n 5 Abends. Wir brauchen einen starken AP, also gehst du AP-Carry. Oh scheiße. Ich glaub' ich bin gleich tot. Leo gank mal, bitte top. Pro-Place, Pro-Place. Ich bin bei dir gank'n Felix. Oh scheiße. Dann bist du Noob. Alter, Fick, die Däuferheit legt. Oh Gott, halt's Maul, wie gefiel'n ist. Der scheiß Astral, seid ihr behindert? Ja. Hat die G-Fade geultet? Ja. Seid ihr behindert? Ja. Jut, Fick ist nicht. Ficker, Alter, Ficker. Scheiße. Ey, will nicht irgendeiner mal top kommen? Ich bin top. Ein kleines Scherzle so top an der Haubeeren. Ein bisschen angebracht, so. Kleines Scherzle. Wo war die Ult, Alter? Wo war die Ult? Er war noch in der Luft. Okay, warte, wenn ich's das nächste Mal mach' ich Ult. Ich komm' für nix. Jetzt gibt's Action, Alter. Ja, stimmt. Leo. Wollen wir echt Action abziehen? Oh, eh. Ah, oh, eh. Juhu. Random ult. Nie wieder. Oh, ich hab noch ein wenig. Oh, ich hab noch ein wenig. Leo bringt mich zum Engagen. Oh mein Gott. Wo hast du engaged dich ich? Nee, 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 Freundchen. Ich wurde von denen geslowt und gestunnt. Also ganz klar deine... Was? Ich wurde von denen geslowt und gestunnt. Ganz klar, Leo. Ganz klar. Ist das jetzt dein Ernst, Felix? Wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich dein Ernst. Ich leg mal die Fakten auf den Tisch, Alter. Ich leg mal die Fakten mir auf den Tisch. Dennis, nein, den darfst du nicht machen. Nein, Dennis. Oh, töten wir ihn. Nein. Ich war die Fakten auf den Tisch gelegt. Ich bin noch am Start. Die töten wir easy. Warte, euphorik. Ja, war meint. Oh, jetzt geh ich auf vier. Oh, ne, war meint euphorik. Werd ich mit Alex? Oh, doch nicht. Werd ich mit können. Nein. Haha, ich hab einen bekommen und du nicht. Trotzdem hast du nur sechs. Du scheiß Fieder. Ich bin auch Support und du nicht. Sicher. Mr. AP Carry mit ganzen 36. Ja, nix hab ich das erlaubt. Da ist wohl einer hidden Support. Das sind die Leute, die heimlich Support spielen, äh, heimlich AP Carry spielen, wo es eigentlich Support sind. Wollt ihr dich doch. Und solche Leute nennt sich auch manchmal Leo Werner. Das bin ich. Ja, du bist Leo Werner. Ich denke. Ja. Oh nein. LOL. Alter, dieser Flash. Der war übel krass, aber er hat mich wenigstens, äh, Kann ich sagen, er hat mich gesaved, was er nicht hat. Ah. Der Felix heißt Schnellklöt und ist ein Behinder-Sparko. Oh. Okay. I can show them the way to death. Er hat mich noch abgeholt. Das war die Scheiße. Da kann ich wieder rumhüfte Warwick. Ich mag die Schnellklöt. Das lieb ist geil. Unklöt. Vergiss es Warwick. Vergiss es. Ich finde es ist der beste Warwick. Das geht. Der hat Uld, Alter. Zu hoch. Komm mal. Ja, danke. Okay. Gönne. Alter. Ich hole eine Wand rein. Irgendwo. Boah. Ja, mein. Bin so kein Bock auf diese Leone. Kannte mir jetzt von den Scheiß. Loll taste the wind. Alter. Die ist der inkompetente Jugend. Ich hab den kill gekriegt. Du bist der inkompetenter Wichse. Ich gönn den mir jetzt, bist du mir jetzt. Eeeencia. Ne? Nein, ich bin meiser. Der fliegende Blitz. Was? Der Fliegende Blitz- Hat man mit eindesials ? Blitzfähigkeit Der fliegende Blitz schau mal an Ich bock mich mal halbe für dich Schau mich an wie ich der Blitz bin Schau mich an wie ich der Blitz bin Schau mich an Schau mich an Guck wo ich bin der fliegende Blitz Guck mal der Blitz ist doch gar ein Blitz Das ist kein Blitz ist Der fliegende Blitz Mein Team fliegt mich die ganze Zeit Was bedeutet inkomentative Wie wir das hier Lachen Das ist einfach Das ist einfach Lachen 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 Wie ankömmer sind Weh Anker Ich schwinge für mich an Anker meine Freunde Die Anker D�dzą Hau alles mal ein paar Witz raus Jungs Hallo Hüle Ich hab mich auf dich abgeseilt Dennis die kompetente Schwam Hallo Alex wie gehts ich bin schweiz und mann ich werde ich bin ich werde negativ oder Scheiße. Warum machst du auch sowas? Wir waren da jetzt scheinbar zu weg, Alter. Wenn kein Mensch da ist, Alter. Felix ist ein Wichskill, sich nicht. Wo hast du denn einen geblasen? Weißt du was? Du hast einen geblasen, ne. Du. Ach, danke für die Aufklärung. Ich komm mal top. Ich sag ihm jetzt. Warum haut die so ein Damage? Der Rasende Blitz. Weil die Klinge des gestürzten Königs hat. Komm her, komm her, Hure. Edward ist im Wichsgesicht. Ihr enden es gerade aber YOLO. Ja, ich fahr nicht mal heim, dann möchte ich fliegende Blitz. Als einziger Team. Als einziger Team, oh krass. Das ist krass, das ist so hochig. Damn it. Armit. Yeah, gedamaged. Und hey, ihr Spacken. Wow. Ihr ist der harte Punische. Die wollen mich. Die wollen mich. Wollte ich mal flaschen und nicht mehr. Alter, was hat die so ein Damage zu behindern? Betalustik. Was? Surprise, motherfucker. Bin ich ja lustig. Sei kein Ziegenbild. Ach, Alex, neutral. Muss doch nicht sein. Ne, muss echt nicht sein. Heil die Fresse, Leo. Du dreckst ihn ab. Wenigst verbinden wir jetzt gegen Leo. Ja. Dreckst dich. Wir dreckst ihn ab, Leo. Was soll das? Ja. Was? So weißt du ganz genau. Was? Leo. Ja. Drück mal Tab. Boah ey, mein Akku geht zu schnell. Tab. Und jetzt? 1224 Scoreboard. Ja, ich hab's gesehen. 1224 Scoreboard. Ja, ich hab's gesehen. Ja, dann weißt du, worauf ich ihn auswollte. Auf, dass er Scoreboard und er sehr hässlich aussieht. Genau. Du verstehst mich einfach. Mach's doch gleich an, Digge. Hab ich doch. Ja, das hast du nicht gleich angesagt. Was macht Jinx da? Oh, Jinx. In mir muss... Is godlike. Rieder muss gegönnt werden. Nein, never surrender. Never surrender. Never surrender. Ja. Hör mal kurz, Leo. Redegst da auch. Oh die glory gemacht. Das ist jetzt. Redegst. Hast du da... Wundschnell erkannt. Wundschnell. Halt's meulis. Ich muss so weit trieben nachgehen. Hey, ich hab... Ich hab das schon übelst gedocht, Leo. Ich hab so's Gefühl, Jinx ist afkar. Aber nur ein bisschen. jetzt ist gefällt schüttelt es ist eine schnauze ich glaube die machte nur das Fenster zu lustig oder so ist das auch nicht der Frau dann wird wahrscheinlich der fliege der Blitz vor der Seher sich die Jinx hat sie eben auch ein Anußer geholt lustig was die hat sich gebührt nein hat er nicht mehr und die Anwälte einmal gesagt wird sich da weißt du es ich habe dann auch noch mit ihm redet ich glaubt ist wie es sich neben dem sich ist es lediglich ist ich glaube dass scheiß das war bekannt mit und das ist ein exklus der gewöhnliche Zeit der Stiftung Jemand, ich will mit dem kleinen Spinn ab der Händchen. Oh Gott, oh Gott. Yeah, yeah, yeah. Ich bin der Master of the Spiders, Alter. Nicht so störst du dir nicht. Ne, ich geh jetzt, es wird mir zu schwul. Kleine Spinnis, die sind alle tot. Kleine Spinnis. Ich verbiess mich. Mir macht's hier keinen Spaß mehr, tschüss. Jetzt muss gefokust werden. Ich will mir das gar nicht ansehen. Ganz klar. Let's focus. Oh Gott. Killen wir uns hier im Spawn. Sind immer feierlich. Ach was, haben wir hier im Spawn killen. Aua. In der Rotz. So wie gedacht, Alex. Oh nein. Es ist der deiner Ernst. Nice, bin ich noch weit gekommen. Wollt mir grad Rabadons kaufen, Männer. Fugas. Ich war schon fast in der Town von denen. Ciao Leute. Feed, 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 feed.